so hallo ihr lieben heute kommen wieder an unboxing und zwar kamen heute zwei otheken an von einer art die es in deutschland noch nicht so oft gibt und ich auch nichts deutsches gefunden habe und er über dieser art und zwar ist das die giraffen mantis die euch umenella heteroptera ich denke mal spricht man die aus die habe ich jetzt im internet gefunden und ja das weit wurde dreimal verpaart und jedes man wurde das mädchen gefressen also ja diesen 100 prozent frucht es können 50 bis 150 genau sind sehr klein die hol ich gerade mal hier raus die brauchen ungefähr zwei wochen bisschen schlupf ja richtig sehr klein ich habe mir die größer vorgestellt aber ja moment mal ich zeige es euch mal so sehen die aus da sind 50 bis 100 tiere schlüpfen also ich bin mal gespannt sobald die irgendwie schlüpfen werde ich auf jeden fall ein video machen hier ist die zweite art ist sehr schön ihr könnt sie mal google also sie ist wirklich wunderschön und hat halt wirklich einen sehr langen hals wie eine giraffe und die muss ich unbedingt haben deswegen genau die hat wie gesagt die boteken von der von einem züchter aus berlin ja ne die hat die tiere vom züchter aus berlin genau wo sie auch ja privat kennt und es sind halt jetzt ihre erst nur gegen dieser art und ja dann war's das schon wieder mit dem video dann sehen wir uns im nächsten video wenn sie schlüpfen wie gesagt in eineinhalb wochen ja zwei wochen sein und ja das thema ist im nächsten video wieder